Aber gut, ich konnte wenigstens, da will noch einer eine Audienz mit mir. Gut, das können wir dann noch schnell dazwischen schieben. Jetzt gebe ich erstmal Hiela, was sie will. Weil ich habe mich entschieden, da wir Perath das letzte Mal hatten und Römgrant und Galloway rausfallen, dass ich Hiela nehme. Würde zu meinem Paladin auch am besten passen, die Kinder wieder, also die Hohlgeburten, die es jetzt gerade noch gibt, denen wenigstens die Chance zu geben. Und auch deren Familien. So, dann können wir gleich hier sprechen. Und ich werde mich erinnern. Die dunklen Vögel schnappen zusammen und der winzige Spatz huscht zu deiner Schulter. Er beugt seinen Kopf zurück und öffnet seinen Schnabel. So ein Lied, wie er nun trellert, hast du noch nie gehört. Die gleichermaßen schwermütigen und schönen Melodien bannen dich. Die Welt wird zu einem Ort aus Farben und Klängen. Jeder perfekte Augenblick folgt dem nächsten, wie die Zeilen eines Gedichts oder der Takt eines Liedes. Der Lieser hat hierher das Segen erhalten. Du erwachst wie aus einem Traum und stehst in Tier Evron. Hierher ist Lied und die Macht ihres Segens folgen dir noch immer. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Mentale Stärke. Wahrnehmung, Intellekt und Entschlossenheit. Dein Waffen steht es mit Lenkrad, wo du durch einen Austausch besiegelt, der beiden Seiten nutzt. Du hast das Treffen ein wenig weiser verlassen, als du es begonnen hast. Ja, ich merke es. Ja, Schuppenbrecher. Seele durchtrennen. Heelas Segen. Plus eins Wahrnehmung, plus eins Wissen. Und unbelasteter Glaube. Ja, dadurch tut das Täuschen sich nicht mehr auf mich auswirken. So, dann kurzer Abstecher in meine Festung zurück. Und dann geht es auf die Grabinsel. Und dann werfen wir uns dieses Mal in die Grube, ohne drauf zu gehen. Ich bin glücklich. Ich bin hier. Hallo, ich möchte bitte auf die Übersichtskarte. Nee. Oh, das habe ich selten erlebt, dass das kommt. Mal gucken, ob wir von dem vielen Hin- und Herreisen jetzt müde geworden sind. Wenn ja, dann rasten wir auch nochmal schnell. Nachdem wir ja die Kriegerin empfangen haben. Ja. Mal gucken, ob wir die Kriegerin empfangen haben. Oder wir machen schnell eine vernünftige Rast in Herdlied. Wäre auch eine Möglichkeit. Weil Herdlied hat, glaube ich, auch gute Rast, also gute Zimmer. Nur hat ja halt das Problem, dass man nur eine Sache da wirklich buschen kann. Meine Fürstin, ich will sie nicht blässigen, aber ich könnte Hilfe in einer persönlichen Angelegenheit brauchen. Also gut, ich höre. Du rufst deine Verbindung zusammen und bedeutest, damit schnell vorzutreten. Es ist schwerer, als ich dachte, es auszusprechen. Ich heiße Odina. Ich habe wie fast alle meiner Herkunft im Krieg des Heiligen gekämpft. Ich habe Befehle befolgt, mehr nicht. Ab eins führt sie zum anderen und batterte ich einen gewissen Ruf weg. Sie nenne mich eine Heldin. Jedes Mal, wenn ich die Straße entlang gehe, muss ich Hände schütteln und werde mit Lob behäuft. Die Dutzenden tun gerade so, als wäre ich eine Art Galionsfigur für ihre Pläne. Die Dinge, die ich getan habe, ich schlafe nicht viel. Das Letzte, was ich brauchen kann, ist all diese Aufmerksamkeit. Ich will nur ein wenig Frieden. Bitte, ich weiß nicht, an wie ich mich sonst wenden soll. Ähm... Vielleicht kann einer meiner Gefährten hier helfen. Ach, wie meinen sie das? Eder hat den Krieg erlebt. Er hat gewiss einen Rat für dich. Ja, der ist fünf Tage beschäftigt. Ich habe es selten, ich habe es selten bis nie erlebt, dass ich zu viel Wertschätzung erfahre, dass ich zu viel Wertschätzung gefahren habe. Vielleicht können wir über einige Dinge sprechen. Das Zielsteuerfestung hat sich um eins erhöht. Ja, das, das hilft mir. Danke fürs den Zerließer. Sie wissen nicht, sie wissen nicht, wie viel mir das bedeutet. Jetzt muss ich irgendwie fünf Tage totschlagen. Ich kann ja einmal zum Zwillingsholmen und wieder zurückreisen. Oder einmal nach Storwart und wieder zurück. Äh... Das ist jetzt... Amazing. Aber wenn es dauerhaft mein Prestige erhöht. Vier Tage... Vier Tage und 25 Stunden. Wie sieht die Quest aus? Also ich reise jetzt da hoch, reise wieder nach Ketua und dann reise ich nach Herdkid. Dann nehme ich Eder wieder in meine Truppe auf. Raste nochmal und ja... Hoffe, dass nichts Neues dann in der Zeit kommt. Wenn doch, dann ignorieren wir es einfach jetzt mal. Fürs Sidorok verlässt die Festung. Ah, aber wir haben einen neuen Bittsteller. Ich bin hier. Der Bittsteller ist in Ordnung. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. So, Zahltag. Schuh. Und Paligina wendet die Escorte auch schon. So, und damit sollte auch Ideia wieder zurück sein. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe haben. Ja. Nachdem sie etwas Zelt miteinander verbracht haben, konnte Ideia und Dina Fyrges dabei helfen, sich mit ihrer Vergangenheit zu versöhnen. So, Ideia wieder aufnehmen, rasten. Und dann geht es endlich daraus hinterher. Kann ich ihn so einfach wieder aufnehmen? Nein, das muss ich hier wohl tun. Ja, Zimmer, aber da möchte ich erstmal in die Gruppe. Und ja, Himmels Suite, die ist da am besten geeignet. Zwei Macht, zwei Verfassung, zwei Entschlossenheit. So, Ideia wieder nach vorne setzen. Ich bin hier. Finde ich gerade interessant. Ich sehe meine Waffe nicht. Ich bin hier. Ich bin hier. So, und jetzt zur Grabesinsel. Eigentlich sollte das mit Taos ja ziemlich leicht gehen, weil es ist normale Schwierigkeitsgrade. Es skaliert nicht. Und Taos war eigentlich einfacher als der Adra-Drache. Ehrlich gesagt, bin ich froh, dass ich nicht gegen den Graf... Oh. Do you remember, when we were children? And the missionaries came to tell us about the gods. They told us we could see them in the stars. Iovara blickte die Ferne zu etwas, was nur sie sehen kann. Erinnerst du dich daran, wie wir Kinder waren und die Missionare kamen, um uns von den Göttern zu erzählen? Sie sagte, wir können sie in den Sternen sehen. Und wir schliefen uns eine Nacht und schliefen die Götter in der alten Forte, weil wir schliefen uns eine Nacht hinaus und stiegen auf dem Wachtturm in der alten Festung, weil wir dachten, vor der Drum könnten wir sie besser sehen. Das Forte verbringte ein paar Jahre vor, als wir die Missionare auskürten. Es waren die Missionare, die es für die Feuer schliefen. Sie wollten uns nicht, dass sie es nutzen können. Schade. Es gab eine Geschichte in diesem Forte. Die Festung ist vor einigen Jahren niedergebrannt, als wir die Missionare vertrieben. Es waren die Missionare, die sie im Brand steckten. Sie wollten sie nicht uns überlassen. Ein Jammer. Die Festung hatte Geschichte. Ich vermisse jene Tage. Es war eine aufregende Zeit. Es war alles voller Potenzial. Sie blieb dich an. Es ist auch deine Heimat genau wie meine. Machst du dir Sorgen um sie? See you.